Jeder weiß es. Jeder weiß es. Bunu herkes biliyor. Außerhalb des Hotels. Außerhalb des Hotels. Hotel dışında. Außerhalb des Hotels. Merhaba arkadaşlar. Seriye hoş geldiniz. Kolayca Almanca öğrenin. Bu bölümde öğreneceksiniz. 8 konuda ömür boyu kullanım için 80 basit faydalı cümle. Size güveniyoruz. Desteğiniz için teşekkür ederiz. Komunikasyon 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 İletişim Komunikasyon Das ist nicht richtig. Das ist nicht richtig. Bu doğru değil. Das ist nicht richtig. Haben Sie ein Telefon? Haben Sie ein Telefon? Telefonunuz var mı? Haben Sie ein Telefon? Können Sie es mir zeigen? Können Sie es mir zeigen? Bana gösterebilir misin? Können Sie es mir zeigen? Ich rufe Sie an. Ich rufe Sie an. Ich rufe Sie an. Was ist denn? Ich rufe Sie an. Ich rufe Sie an. Ich rufe Sie an. Ich rufe Sie an. Sonra tekrar ererim. Ich rufe später wieder an. Bitte ruf mich an. Bitte ruf mich an. Lütfen beni ara. Bitte ruf mich an. Jeder weiß es. Buna herkes biliyor. Jeder weiß es. Ich muss ins Büro gehen. Ich muss ins Büro gehen. Ofis'e gitmem gerek. Ich muss ins Büro gehen. Persönliche Informationen Persönliche Informationen Persönliche Informationen Kişisel bilgiler Persönliche Informationen Wie lautet Ihre Adresse? Wie lautet Ihre Adresse? Wie lautet Ihre Adresse? Wann ist Ihr Geburtstag? Wann ist Ihr Geburtstag? Dohunggünün ne zaman? Wann ist Ihr Geburtstag? Sind Sie verheiratet? Sind Sie verheiratet? Sind Sie verheiratet? Sind Sie verheiratet? Ähle müssen. Sind Sie verheiratet? Wie lange sind Sie schon hier? Wie lange sind Sie schon hier? Ne zamandır buradasın? Wie lange sind Sie schon hier? Was macht Ihr Vater? Was macht Ihr Vater? Baban ne iş yapıyor? Was macht Ihr Vater? Wie viel verdienen Sie? Wie viel verdienen Sie? Ne kadar kazanıyorsunuz? Wie viel verdienen Sie? Wo haben Sie Englisch gelernt? Wo haben Sie Englisch gelernt? Wo haben Sie Englisch gelernt? Ingilisceyi nerede öğrendiniz? Wo haben Sie Englisch gelernt? Wo haben Sie Englisch gelernt? Haben Sie Kinder? Haben Sie Kinder? Haben Sie Kinder? Hiç çocuğunuz warme? Haben Sie Kinder? Oder Sie ist sehr fleißig. Sie ist sehr fleißig. Sie ist sehr fleißig. O çok çalışkan bir kız. Sie ist sehr fleißig. Pläne und Aktivitäten Pläne und Aktivitäten Pläne und Aktivitäten Planlar ve Faaliyetler Pläne und Aktivitäten Wie viel Uhr sind Sie aufgewacht? Um wie viel Uhr sind Sie aufgewacht? Um wie viel Uhr sind Sie aufgewacht? Saatka stojanden Um wie viel Uhr sind Sie aufgewacht? Was werden Sie heute abend tun? Was werden Sie heute abend tun? Was werden Sie heute abend tun? Was werden Sie Wann fährst du? Wann fährst du? Wann 끝 du? Ne zaman gestehst du? Wann fährst du? Kommst du heute Abend? Kommst du heute Abend? Kommst du heute Abend? Gelecek yıl Amerika'ya gidiyorum. Ich bin gekommen, um euch zu belästigen. Ich bin gekommen, um euch zu belästigen. Gesuche und Angebote Gesuche und Angebote Kann ich mir etwas Geld leihen? 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 Lass uns teilen Lass uns teilen Lass uns teilen Lass uns teilen Können Sie das beheben? Können Sie das beheben? Können Sie das beheben? Können Sie das beheben? Brauchen Sie etwas? Brauchen Sie etwas? Brauchen Sie etwas? Gib mir zwei Gläser Wasser Gib mir zwei Gläser Wasser Ich möchte ein Fax schicken Ich möchte ein Fax schicken Ich hätte gerne noch etwas Wasser Ich hätte gerne noch etwas Wasser Ich komme, um dich abzuholen Kannst du nicht noch ein bisschen länger bleiben? Kannst du nicht noch ein bisschen länger bleiben? Kannst du nicht noch ein bisschen länger bleiben? Hier ist meine Telefonnummer Hier ist meine Telefonnummer Hier ist meine Telefonnummer Versuch es Versuch es Versuch es Dene bakalım Versuch es Standorte 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 Konumnar Standorte 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 She is in der Küche Si ist in der Küche Sie ist in der Küche Helium Sie ist in der Küche Außerhalb des Hotels Außerhalb des Hotels Hotel dışında Außerhalb des Hotels Wohin wollen Sie gehen? Wohin wollen Sie gehen? Wohin wollen Sie gehen? Nereye gitmek istiyorsun? Wohin wollen Sie gehen? Wo kann ich US-Dollar umtauschen? 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 Wo ist das nächste Krankenhaus? 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 Er sagte seine Reise nach Paris ab Paris gezisini iptal etti Er sagte seine Reise nach Paris ab Sie ist in der Küche Sie ist in der Küche Sie ist in der Küche Im ersten Stock Wie weit ist Mumbai? Mumbai Wie weit ist Mumbai? Mumbai Wie weit ist Mumbai? Mumbai nekadaru sagte Ich war zu dieser Zeit zu Hause Ich war zu dieser Zeit zu Hause Klarstellungen und Berichtigungen Açıklamalar ve Düzeltmeler Klarstellungen und Berichtigungen Das ist falsch Das ist falsch Das ist falsch Das ist falsch Bujanisch Das ist falsch Das ist nicht richtig Diese Bücher gehören uns Diese Bücher gehören uns Diese Bücher gehören uns. Diese Bücher gehören uns. Sie arbeitet als Kellnerin. Sie arbeitet als Kellnerin. Sie arbeitet als Kellnerin. Sie arbeitet als Kellnerin. Was ist die Bedeutung dieses Wortes? Was ist die Bedeutung dieses Wortes? Bu kelimenin anlamı nedir? Was ist drin? Was ist drin? Was ist drin? Ichinde ne var? Was ist drin? Sei still! Sei still! Sei still! Sei still! Sei still! Bitte erläutern Sie die Bedeutung dieses Satzes! Bitte erläutern Sie die Bedeutung dieses Satzes! Der Stuhl steht vor dem Tisch! Der Stuhl steht vor dem Tisch! Zeit! 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 Zeit Wie spät ist es? Wie spät ist es? Saatkaç Wie spät ist es? Ich war zu dieser Zeit zu Hause. O sırada evdeydim. Ich war zu dieser Zeit zu Hause. Wir sind spät dran. Wir sind spät dran. Wir sind spät dran. Haben Sie lange gewartet? Haben Sie lange gewartet? Uzun zamandır mı bekliyorsun? Haben Sie lange gewartet? Nur einen Moment Nur einen Moment Nur einen Moment Sadece bir dakika Nur einen Moment Warte eine Minute Warte eine Minute Warte eine Minute Sie werden jetzt zurückkehren Sie werden jetzt zurückkehren Er will wissen Wann du kommst Er will wissen Wann du kommst Er will wissen Wann du kommst Bis zum nächsten Mal 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 Ich muss mir jetzt die Zähne putzen Ich muss mir jetzt die Zähne putzen Was werden Sie heute Abend tun? 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 Sonstige Erklärungen und Anträge Sonstige Erklärungen und Anträge Ich weiß es nicht Ich weiß es nicht Ich weiß es nicht Es ist wirklich heiß Es ist wirklich heiß Es ist wirklich heiß Gerçekten çok sıcak Es ist wirklich heiß Es ist zu heiß Es ist zu heiß Es ist zu heiß Es ist zu heiß Hava çok sıcak Es ist zu heiß Es ist zu heiß Ich komme aus Brasilien 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 Mir geht es gut. Mir geht es gut. Mir geht es gut. Ist mir egal. Ist mir egal. Ich habe viel zu tun. Ich habe viel zu tun. Ich habe viel zu tun. Ich habe nur 10 Dollar. Ich habe nur 10 Dollar. Ich habe nur 10 Dollar. Ich habe keine Angst. Ich habe keine Angst. Ich habe keine Angst. Ist das Ihr Buch? Ist das Ihr Buch? Ist das Ihr Buch? Es sind weniger als 9 Dollar. Es sind weniger als 9 Dollar. 9 Dollar. Es sind weniger als 9 Dollar. Verzeihung Verzeihung Ich will mit ihm sprechen. Ich will mit ihm sprechen. Ich muss ein Bad nehmen. Ich muss ein Bad nehmen. Ich hätte gerne ein Zimmer. 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 Ich hätte gerne ein Zimmer.